Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da wachen sie jetzt auf und starten einen kleinen Zweikampf mit sich selbst. Ich erlebe total schräge Sachen, Jimmy. Was für Sachen? Zum Beispiel, dass ich getötet werde. Es ist als ob es was nicht passiert. Mann, was für eine verfluchte Scheiße redest du da überhaupt? Mann, was für das war. Mann, was für das war. Untertitelung des ZDF, 2020